Herzlich Willkommen bei SHOP&HOB! Kennt ihr das? Herbstzeit und alle Blätter liegen einfach rum. Und wir bringen sie einfach nicht weg. Andere Geräte sind laut teuer und grausig. Und einfach unbezahlbar. Und hässlich. Und laut. Aber eigentlich noch gut. Ja, jetzt wäre es spannend. Aber ja. Jetzt kommt die Lösung für alle eure Probleme. Mit dem neuen Lobex Express geht's Lobewischen wie am Schnurli. Unglaublich in vier verschiedenen Stufen. Zum Wegblosen. Bis zum letzten Blatt voll. Alles weg. Für immer. Und wenn ihr jetzt anruftet, bekommt ihr gratis dazu den Lobex Express Button. Als Gäbige Tügel zum Slope dafür aufnehmen. Einfach schön reinföhnen und Boden bleibt sauber. Für immer. Frisch und rein bis zur nächsten Weihnacht. Jetzt anrufen und für nur 999 Franken bestellen. Für immer. $10,000. $10,000. Würfer Ulbist theo. Und jetzt haben wir doch